wenn ich mal einen gewaltigen Mund, sorry, aus. So, jetzt komm schnell. Ja, das wird eh wie es nur laufen. Wow, was war das denn? So. Ne. Breakout wird nicht folgend. Komm. Oh je, das ist ja schon mal ein Team-Match, ey. Muss man schon sagen, wir dominieren, klar. Also, sie hat schon zehnmal verloren, muss ich ja sagen. So. Oh. Ups. Ne. Oh, lol. Nein, jetzt macht sie mich noch fertig. So, komm. Aber irgendwann musste doch ausgenockt sein, ey. So. Oh, ja, ja. So, yeah, 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 ich rocke. Rock'n'roll. So, jetzt. Tw-Twist of Fate. Twist of Fate. Twist of Fate. Twist of Fate. Twist of Fate. Alter. Nein. Was soll der Scheiß? Also, ich dachte schon, das wäre hier Finisher gewesen, aber das kann nicht sein. So. Ey. Sieh mir gerakiert. Ja, ich habe gerakiert. So, jetzt. So. Knie. Oh, nein. Das macht sie mich noch fertig. Sorry, dass ich jetzt so wenig rede, aber ich muss mich so... Ari, wir konzentrieren. Und nein, der ZZZ-Signature. Was nun los? Hab ich ausgezählt? So, komm. Werde ich fertig, werde ich, werde ich, werde ich. Nein. Nein, das ist noch nicht. So, komm. Ja, ja, ja. Ist eh nicht hier, Finisher, oder? Alter. Nein. Boah, ey, ist auch so eine schwere Challenge, ne? Oh, nee. Jetzt hat sie einen Finisher. Ja, ist klar. Ich war schon längst draußen, aber okay. Okay. Rückkampf. Ja, wie soll ich Triple H fertig machen? Das geht ja gar nicht. Ich schmeiße mal den Ring rein. Ja, Rock. Fairness, genau. Das einzige, dass du bringst, ist hier gar nichts. Oh. So. Mhm. So. Triple H wird genauso fertig gemacht. Oh, schön. Von Dieter. Und ich mache die Zeltanzeige hier auch an. Wenn ich immer direkt weiß. Das. Aha. Pointe. Das Limit ist schon ausgeschöpft. So. Ähm. Ja. So. Konzentriere mich mal nur auf Triple H. So. Bam. Ja, ja, freudig wie ein Schneekönig, ey. So. Und. Schön. Und jetzt noch was. Schön, Dieter. So. Du rockst. Und das tut's so. Denn siehra. Ja, schön. Sehr nice. Oh, was war das denn? Ja, Lita. So. Twist of Fate, okay. So, jetzt schnell Triple H versuchen, fertig zu machen. Komm her. Okay. Nein. Das ist jetzt schwer. So. So. Und jetzt Genity Network noch schnell. So, Genity Network. So. Sehr schön. So. Ich glaube, es könnte wahrscheinlich gehen. Moment. Yes. So. Nee. Oh nein. Das darf doch nicht mal sein. Das hätte ich sogar noch geschafft, ey. So. Knie. Noch mal zeigen. Ja, guck mal. Die Linie hier. So. Und jetzt hier noch mal sowas. Und noch mal mit dem Knie. Und noch mal mit folgendermaßen. Mal mal so. Twist of Fate. Richtig. Und dann noch schnell sowas. Okay. So. Wenn sie es nicht traut. So. Kommt. So. 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 so nicht ist die Folge sind tut mir leid dafür am Nordpro 3 um Mieter heiz wie eh und je kommen nicht rein so über zwei finischer so nochmal schnell die die T-Neck-Drop gut und jetzt schnell rein nein ich will doch nicht gehen komm rein du sie schneller und jetzt und so dafür sorgen stellen die Tische ausführen und jetzt schnell raus nein es geht doch nicht der Mund raus ey was soll der Scheiß bleib doch du mich ärgerst ey und da sehe ich jetzt was ne ganze Folge dran ne bist zufrieden so jetzt bleibst du auch Leute das ärgert mich das ärgert mich so richtig so jetzt moonsault ja so schnell so nein schaffe ich nicht weiter versuchen ja hab ich doch geschafft hey wie geht es denn wird das so schnell geschafft lol na gut wir haben es geschafft wir sind DIVAS Champion geworden sehr schön hätte ich nicht gedacht ähm haben wir doch einmal auf Glück gemacht und einmal haben wir es dumm gemacht aber man lernt ja daraus und ja DIVAS Champion was haben wir uns denn nun herum Stephanie McMahon und Lita im Jahre 2000 so Zeitachsenmenü ja es wird Zeit für den letzten Folge der aktiven Abteilung würde ich mal sagen ich weiß nicht genau ob ich jetzt in dieser Folge den Teil mit Chris Chuck anhänge oder in der nächsten Folge also eines der beiden Teile werde ich jetzt machen auf jeden Fall bis dahin ja würde ich mal sagen wie Mick Foley so schön sagt have a nice day bis dahin ein oder hier ca level die